Jetzt die gelben Werkstücke, gerade senkrecht in die Luft und eine leichte Bewegung wie ein Kornfeld im Wind. Die Ideenexport, eine Atmosphäre, die wirklich für eine Messe einzigartig ist. Ich bin klein und kann doch vieles schaffen. Meine Stärke spüren, dahinterstehen, herzhaft scheitern und weitergehen. Es geht um neue Ideen. Ich habe tausend Ideen, brauche nur Mut, sie zu füttern. Es geht um Veränderungen. Und wenn es dir gefällt, denkt ihr, mach doch einfach. 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1